Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von SFDTV, den Sportnachrichten aus dem Düsseldorfer Süden vom SFD 75. Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Clicks, die ihr auf unsere Videos bisher gemacht habt. Aber ihr dürft uns auch abonnieren. Dafür einfach unten auf Abonnieren gehen und ihr bekommt immer die aktuellsten Infos, wenn ein neues Video eingestellt ist. Und hier kommen die wichtigsten News für die nächste Woche. Nach der positiven Resonanz vom Dienstagabend im Schachraum bei der ersten Panini-Tauschbörse möchten wir am Sonntag, den 19. Juni, zu einer weiteren Tauschbörse einladen. Von 10 bis 13 Uhr darf jeder kommen, um seine Sticker miteinander zu tauschen. Bei Kids in Action ist der SFD 75 auch vertreten. Am Sonntag, den 3.7. in der Zeit von 11 bis 16 Uhr können Sie unsere Stände besuchen und sich über unser Angebot informieren. Wir freuen uns auf Sie. Wir haben noch freie Startplätze bei den Fußballcamps in der ersten und sechsten Ferienwoche. Einfach anmelden. Das Freundschaftsspiel der D1 von SFD 75 am vergangenen Mittwoch gegen Wersten 04 gewann die Mannschaft von Wersten 04 mit 3 zu 0. Für Samstag, den 25.07. hat sich um 10 Uhr die Gastmannschaft aus Sogingenwald angemeldet. Anstoß ist um 10 Uhr im Sportpark Niederhalt für die D1 von Trainer Uwe Kutzemski. Am kommenden Sonntag nimmt die D1 von SFD 75 beim Turnier bei Schwarz-Weiß 06 in Düsseldorf teil. Beginn ist um 14 Uhr am Stoffenau-Kapellenweg. Für alle Mannschaftsarten suchen wir weiterhin Trainer und Co-Trainer. Und sowie für unsere erste Mannschaft suchen wir einen Betreuer. Hast du Interesse? Hast du die Leidenschaft zum Fußball in dir erweckt? Dann melde dich. Wir freuen uns auf dich. Und das waren sie wieder, die SFD 75 Sport News für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und denkt dran, ihr dürft abonnieren und auch teilen bei Facebook.